Die stoische Physik beschäftigt sich mit allen Fragen, die für eine umfassende Erklärung der Welt nötig sind. Wie lassen sich Naturphänomene erklären? Gibt es Gott? Ist alles vorherbestimmt? Wie funktioniert die Welt und welchen Platz hat der Mensch in ihr? Physik kommt von dem altgriechischen Wort Physis und bedeutet Natur. Während sich die heutige Physik mit den Vorgängen der meist unbelebten Natur beschäftigt, ist die stoische Physik sehr viel umfassender. Sie behandelt neben naturphilosophischen und naturwissenschaftlichen auch ontologische, metaphysische und theologische Fragen. Stoiker meinen, dass die Welt durch die Physik vollständig erklärt werden kann. Die Erforschung und Wertschätzung der Natur ist für die Stoiker ein Daseinszweck des Menschen. Der Mensch ist dazu bestimmt, die Natur zu erforschen, um sie verstehen und wertschätzen zu können. Nur wenn wir die vernünftige Ordnung des Kosmos begreifen, können wir unser Leben bewusst nach dieser Ordnung ausrichten und ein gutes, glückliches Leben führen. Die stoische Physik hat damit einen engen Bezug zur Ethik. Ein tugendhaftes, gutes Leben ist für die Stoiker ein Leben im Einklang mit der Natur. Umso wichtiger ist es, zu begreifen, was die Natur ist und wie sie funktioniert. Der letzte bedeutende Stoiker, der römische Kaiser Marc Aurel, fasste das stoische Weltbild folgendermaßen zusammen. Alles ist wie durch ein heiliges Band miteinander verflochten. Nahezu nichts ist sich fremd. Alles Geschaffene ist einander beigeordnet und zielt auf die Harmonie derselben Welt. Aus allem zusammengesetzt ist eine Welt vorhanden, ein Gott, alles durchdringend. Ein Körperstoff, ein Gesetz, eine Vernunft, allen vernünftigen Wesen gemein und eine Wahrheit, sowie es auch eine Vollkommenheit für all diese Verwandten, derselben Vernunft teilhaftigen Wesen gibt. Für die Stoiker ist die Welt ein für den Menschen bestmöglich eingerichteter Kosmos, welcher einer optimalen Ordnung folgt. In diesem harmonischen Ganzen ist alles mit allem verbunden. Gott durchdringt als eine allumfassende Weltvernunft alles Seiende und lenkt alle Materie. Folglich existiert nichts ohne Zweck. Alles Seiende, auch der Mensch, hat ein vorherbestimmtes Schicksal. Betrachten wir dieses Weltbild einmal genauer. In der Stoischen Physik spielen Körper eine grundlegende Rolle. Alles, was existiert, ist laut Stoischer Auffassung körperlich und nur Körper können kausal miteinander interagieren. Das bedeutet, der Kosmos und alle Einzeldinge in ihm, also auch die menschliche Seele, Vernunft, Tugend, Laster und Wahrheit, sind Körper. Körper sind nach diesem Verständnis nicht mehr nur Dinge, die man sehen und berühren kann, sondern alles, was kausal interagiert. Alles, was in ein Ursache-Wirkung-Verhältnis zueinander treten kann, muss laut Stoischem Verständnis von Physik Körper sein und demnach existieren. Seele, Vernunft, Tugend, Laster und Wahrheit müssen existieren, da sie kausal wirksam sind. Und weil sie eine kausale Wirkung haben, müssen sie körperlich sein. Tugend und Laster beispielsweise sind Charaktereigenschaften, die beeinflussen, welche Emotionen der Mensch empfindet und welche Handlungen er wählt. Sie haben eine kausale Wirkung auf den Menschen und sind demnach körperlich. Da die Seele körperlich ist, ist sie wie alle anderen Einzelkörper vergänglich und damit sterblich. Alle körperlichen Einzeldinge und somit alles, was existiert, können laut Stoa auf zwei Prinzipien zurückgeführt werden, ein aktives und ein passives Prinzip. Diese beiden Prinzipien sind ebenfalls körperlich. Das passive Prinzip entspricht dem Stoff bzw. der Materie und ist völlig unbestimmt. Es ist die Grundlage jedes Einzeldings. Das aktive Prinzip entspricht der göttlichen Vernunft bzw. Gott. Es wirkt auf die Materie ein, indem es diese durchtrinkt und sich vollständig mit ihr durchmischt. Es gibt also nichts Materielles, das nicht von der Vernunft bzw. Gott durchdrungen ist. Das aktive Prinzip konstituiert durch seine Durchdringung alle Einzelkörper, das heißt den Kosmos als Ganzen und alles darin. Steine, Artefakte, Pflanzen, Tiere, Menschen, ihre Seelen, ihre Vernunft, ihre Tugend oder ihr Laster. Es verleiht jedem Objekt die ihm gemäße Grundbeschaffenheit. Die Art der Durchdringung entscheidet über die Komplexität der einzelnen Objekte. So entsteht eine Stufenleiter der Natur. Die unbelebte Materie befindet sich auf der untersten Stufe, Pflanzen auf der zweiten und Tiere und Menschen auf den beiden obersten Stufen. Die Stolische Physik versucht vor allem zu verstehen und zu erklären, in welcher Weise das aktive Prinzip überall, auch in jedem Menschen, tätig ist und alles miteinander verbindet. Das aktive und passive Prinzip sind körperlich, dass sie ebenfalls kausal interagieren. Diese Interaktion ist asymmetrisch. Das aktive Prinzip wirkt auf die Materie ein, das passive Prinzip empfängt diese Einwirkung. Aus dem Zusammenspiel von Materie und göttlicher Vernunft konstituiert sich der Kosmos und das kosmische Geschehen. Der gesamte Kosmos und alle Einzeldinge in ihm werden also vom aktiven Prinzip einer göttlichen Vernunft gestaltet und geordnet. Diese göttliche Vernunft vermischt sich vollständig mit der Materie. Die Materie ist rein passiv und widersetzt sich der Einwirkung der göttlichen Vernunft nicht. Die Stoa vertritt damit einen Pantheismus, also die Auffassung, dass Gott in allen Dingen existiert. Gott bzw. der Logos, eine göttliche Weltvernunft, durchdringt und gestaltet ihrer Auffassung nach dem gesamten Kosmos. Aus der optimalen Organisation und Zweckmäßigkeit des Kosmos schließen die Stoiker, dass er vernünftig vom Logos, der göttlichen Vernunft, durchdrungen ist. Im Menschen findet sich das göttliche Prinzip in seiner höchsten Form, nämlich als selbstbewusste und selbsttätige Vernunft. Deshalb kann und soll der Mensch ein vernünftiges, ein tugendhaftes Leben führen. Das aktive Prinzip, welches die Welt strukturiert und bewegt, ist ewig, hat also keinen Anfang und kein Ende. Es existierte schon immer als das organisierende und verwaltende Prinzip der Welt. Auch die Materie, das passive Prinzip, ist unvergänglich und unzerstörbar. Die einzelnen Körper hingegen sind vergänglich und zerstörbar. Alle Einzelkörper entstehen und vergehen und zwar nicht nur Lebewesen und Artefakte, sondern der gesamte Kosmos. Dieser geht in zyklischen Abständen in einem Weltenbrand unter und konstituiert sich anschließend wieder neu. Der Kosmos entsteht periodisch aus Feuer und löst sich wieder in Feuer auf. Für die Stoiker ist der Verlauf der Welt ein zyklisches Werden und Vergehen. Alle Zustände und Ereignisse wiederholen sich unablässig. Das unabänderliche Weltgesetz führt zu einer unbegrenzten Wiederholung aller Zustände und Ereignisse. Es gibt eine ewige gesetzmäßige Wiederkehr von Weltenbrand und Weltordnung. Alle Naturereignisse, aber auch alle Geschehnisse im menschlichen Bereich wiederholen sich unablässig und auf die gleiche Weise. Diese Theorie der ewigen Wiederkehr desgleichen bedeutet, dass ein und derselbe Sokrates sein Leben in jeder Weltperiode in genau der gleichen Phase auf genau die gleiche Weise lebt und erlebt. Alles, was geschieht, ist nach stoischer Auffassung bereits von Ewigkeit her festgelegt. Es gibt eine lückenlose, kausale Verknüpfung aller Dinge und Ereignisse. Der Kosmos wird als organisches Ganzes verstanden, in welchem alles mit allem zusammenhängt. Eine solche Theorie bezeichnen wir heute als universalen Determinismus. Jedes Ereignis folgt kausal aus vorhergehenden Ereignissen. Der Weltverlauf ist eine ewige Wiederkehr desgleichen und für jeden einzelnen Zeitpunkt und in allen Einzelheiten festgelegt. Da alle Geschehnisse im Kosmos auf einer lückenlosen Kausalkette bzw. einer lückenlosen kausalen Vernetzung beruhen, kann der Mensch den Kosmos vollständig erkennen. Wenn keine Kausalität nachweisbar ist, bedeutet dies nicht, dass sie nicht existiert, sondern dass unser Erkenntnisvermögen versagt. Hier spielt der Begriff Schicksal eine wichtige Rolle. Dieser Begriff wird teilweise analog zu Vernunft bzw. Gott gebraucht. Das Schicksal beschreibt die kausale Ordnung der Welt, nach welcher die göttliche Vernunft alles hervorbringt, was geschehen ist, geschieht und geschehen wird. Dabei unterliegt es den Grenzen des physikalisch Möglichen. Mit Schicksal ist also nicht das Schicksal des Aberglaubens gemeint, sondern das der Physik. Laut Zenon ist das Schicksal eine verkettete Ursache dessen, was ist. Unter Kausalität verstehen Stoiker nicht nur die Aneinanderreihung zeitlicher Ereignisse, sondern die dichte, kausale Vernetzung aller Dinge. Das Schicksal ist ein ganzes System vorausgehender Ursachen. Alles, was geschieht, geschieht in Übereinstimmung mit dem Schicksal. Menschen können in kein Geschehenes eingreifen, weil sie selbst Teil des Kosmos und damit des Schicksals sind. Alle körperlichen Dinge im Kosmos, auch der Mensch, unterliegen einer strengen Kausalität, da die göttliche Vernunft bzw. Gott für ihre Beschaffenheit und ihre ununterbrochene Verknüpfung durch Raum und Zeit sorgt. Jedes Ereignis und damit auch jede menschliche Handlung ist kausal determiniert, da die göttliche Vernunft alle Dinge durchdringt und organisiert. Dabei gestaltet sie die Welt so gut wie möglich und wählt von allen denkbaren Abfolgen von Ereignissen, die im großen Ganzen gesehen, bestmögliche aus. Alle natürlichen Dinge und Vorgänge sind naturgemäß, also Elemente eines sinnvollen Ganzen. Das Universum als Ganzes ist vollkommen, selbst wenn einzelne Dinge in ihm unvollkommen und fehlerhaft sind. Demzufolge kann nichts, was geschieht, als schlecht und naturwidrig bezeichnet und bewertet werden. Eine Änderung der schicksalhaft vorgesehenen Abfolge ist nicht nur unmöglich, sondern wäre zudem sinnlos. Auch der einzelne Mensch ist als Teil des Kosmos in das vorhergesehene System eingebunden und durch das Schicksal bestimmt. Der Stolische Determinismus hat einen engen Bezug zur Logik und Ethik. Da die Welt determiniert und nicht unberechenbar ist, kann der Mensch Wissen über sie erlangen und richtig handeln. Richtiges Handeln bedeutet tugendhaftes, vernünftiges Handeln. Der Mensch soll die göttliche Ordnung des Kosmos und das vorherbestimmte Schicksal akzeptieren. Doch wie passt das zusammen? Wie kann der Mensch in einem vollständig determinierten Universum frei handeln? Wie die Stoa den universalen Determinismus mit menschlicher Freiheit und Verantwortung in Verbindung bringt, erfährst du im nächsten Video dieser Reihe. Mit dem Quizlet-Lernset Stoa Weltbild kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald! Bis bald! Vielen Dank.